«Vollez vous coucher avec moi» «C'est quoi» «Vollez vous coucher avec moi» «Yeah, yeah, yeah» «He sat in a pool» «Oh, oh, see» «Herzlich willkommen in der Roten Villa» «Es freut mich, dass ihr hier seid» «Und ich würde euch gerne mal zeigen, unsere Räumlichkeiten und was wir alles anzubieten haben» «So, das wäre mein Lieblingsplatz, Bar» Bar. Bar ist sehr wichtig. Jetzt kommen alle Gäste her, bestellen ein Getränk und lernen auch die Girls kennen. Jetzt zeige ich euch sehr gerne unseren schönen Whirlpool. Das ist unser Whirlpool-Zimmer, wo man aber eine Stunde geniessen kann. Mit einem, mit zwei Girls, vier Leuten, sechs Leute. Das ist ein sehr begehrtes Zimmer. Jetzt stehen wir noch bei den Türen an eurem Zimmer. Das würde ich euch auch noch gerne zeigen. Wir gehen jetzt direkt in den zweiten Stock. Hier habe ich euch etwas Besonderes, Schönes zu zeigen. Das wäre jetzt die Stube der Roten Villa. Das ist zum Relaxen, Wohlfühlen, Fernsehschauen für die Gäste und für die Girls. So, das wäre dann unser schönes Zimmer, das auch ein Studio-Zimmer ist, das dann halt Gäste mit den Girls zusammen buchen. Das würde ich euch gerne zeigen, bitte. 15 Minuten ist 100 Franken, eine halbe Stunde 150 Franken und eine Stunde 300 Franken. Dann würden wir gerne wieder runtergehen und ich zeige euch, wo wir noch ein bisschen hückeln und jassen und Spass haben. Das wäre jetzt unsere Sitzgruppe, wo die Männer mit den Girls zusammensitzen. So, das wären dann unsere Wohlfühlen, die wir relaxen und jassen. Und ich begleite euch jetzt noch zur Tür. So, jetzt habt ihr einen Eindruck bekommen, wie es bei uns in der Roten Villa zu und her geht, wie es aussieht, was wir so machen. Denkt daran, heute Abend Samstagias, Chili con carne, halber Preis im Sex, alles was euer Herz begehrt. Oh, yes!